Hallo Leute, wir haben es geschafft. Das Video hat das erreicht, was wir uns vorgestellt haben. Und das sollten wir mit CDs oder auch Autogrammen belohnen. Und dafür haben wir wieder das Programm gestartet, wo wir jetzt die glücklichen Gewinner ermitteln werden. So, das ist jetzt wirklich spannend. Bin gespannt, wer jetzt der erste Glücklicher ist. Es ist Yen Y. Bitte schick deine Adresse. Die Adresse. Somit können wir dir die CD mit Autogrammen schicken. Und jetzt bin ich gespannt, wer der zweite Gewinner ist. Es ist Maria Schmidt. Herzlichen Glückwunsch. Ebenfalls bitte die Adresse zuschicken, damit wir dir die CD mit den Autogrammen schicken können. Ja, Yen und Maria, ihr seid die Gewinner und ihr bekommt die nächsten Tage die CDs mit Autogrammen. Viel Spaß damit. Und das nächste Video kommt auch schon morgen. Das geht um die Panflöten, wie sie hergestellt werden, wie meine Reise überhaupt in der Werkstatt war. Und selbst die Panflöten, auf was ich darauf achten sollte, wenn ich eine kaufe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Erinner die Leute noch an den Abo-Button? Ne, diesen Satz, den macht jeder da drauf. Habe ich keine Lust. Ich Yep中國 noch an den Abo-Button?